Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch schon, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Power Ranking das erste Mal seit zwei Wochen? Drei Wochen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das letzte Mal war das Power Ranking in Woche 14 gehend. Woche 15 war ich weg, Woche 16 bin ich gerade erst wiedergekommen und jetzt gehen wir in Woche 17. Das heißt, ich habe zwei Power Rankings übersprungen, habe mich dazu entschieden, die Sprünge trotzdem als Zahlen darzustellen. Das heißt, wir werden heute ein paar größere Sprünge haben. Ich glaube, ich habe einen Minus 13, ich habe mehrere Neuner Sprünge und so weiter. Ist jetzt aber auch mal ganz witzig, weil man sonst in Power Rankings ja immer nur so kleine Abschnitte hat. Jetzt sehen wir mal, welche Teams ich vor drei Wochen schon ungefähr so eingeschätzt habe, wie ich sie jetzt einschätze und bei welchen Teams sich meine Meinung seitdem sehr geändert hat. Let's go! Wir fangen an mit den Commanders auf 32, zwei Spots nach unten. Die waren also schon ungefähr in dem Dreh irgendwo. Wenn man mich einfach so gerade rausfragen würde, jetzt gerade bevor ich mir Gedanken gemacht hatte wegen des Power Rankings, ey, welches Team ist das schlechteste der Liga zurzeit? Ich weiß nicht, ob ich Commanders gesagt hätte. Ich weiß einfach nicht, ob ich eine, oder jetzt, danach weiß ich es, ich habe keine klare Antwort. Es gibt für mich nicht so dieses eine schlechteste Team der Liga. Aber wenn ich darüber nachdenke, ich weiß nicht, ob ich bei den Commanders gegen irgendein Team sagen würde, da sind die Favoriten. Deswegen auf 32. Jets nicht weiter vor, drei Spots runter auf die 31. Ich glaube, die Defense hat sich inzwischen damit abgefunden. Gerade die Starspieler der Defense wird nichts mehr dieses Jahr. Die machen ihren Job noch, aber man merkt einfach, dass da nicht so die Energie drin ist, beziehungsweise, dass sie zwischendurch dann mitkriegen, so, ah, shit, jetzt kommt der Run und unsere Offense funktioniert nicht und wir müssen wieder alles rausreißen. Kein gutes Football-Team. Mit Zach Wilson sah es noch so okay aus, aber das ist halt auch sehr auf und ab und alles. Bin sehr gespannt darauf, wie die nächstes Jahr aussehen werden. Dann, Jesus, höchstwahrscheinlich eine komplette Saison mit Aaron Rodgers. Vier Spots nach unten. Die Cardinals auf die 30. Die haben ja auch, vielleicht hatte ich die auch zwischendurch ein bisschen zu hoch, einfach wegen der Erwartungen, die man vor der Saison in die hatte. Die haben hin und wieder Big-Place-Offensiv. Das Running-Game funktioniert ab und zu ganz gut offensiv. Und die haben halt an den ein oder anderen Stellen auch noch Difference-Maker-Defensiv, aber insgesamt trotzdem kein gutes Team. Genauso wie auf 29. Die Giants sind jetzt zwei Spots runter, wieder auf die 29. Hätte ich ein Power-Ranking Woche 15 gemacht oder in Woche 15 reingehend, dann wären sie vermutlich sehr hoch gegangen, weil sie da gegen die Packers gewonnen hatten. Seitdem jetzt aber wieder gefallen auf die 29 auch da. Kein besonders gutes Team. Und bin ich sehr gespannt darauf, was die im Draft machen werden. Nächste Seite, Titans, einen nach oben auf die 28. Die hatte ich also auch schon irgendwo in dem Dreh. Ich glaube, bei denen, da ist nicht besonders großartig was los jetzt. Die machen ihr Ding. Die sind in Spielen tough drin. Wenn du die ins vierte Viertel irgendwie reinlässt, dann haben die auch eine Defense und eine Offense, die fähig genug ist. Also eine bissige Defense und Offense, die fähig genug ist, um im Spiel zu bleiben und eventuell hinten raus zu gewinnen, haben wir gegen die Dolphins zum Beispiel gesehen. Das war ja auch seit dem letzten Power-Ranking, wenn mich nicht alles täuscht. Insgesamt natürlich trotzdem kein gutes Team. 13 Spots nach unten. Die Chargers auf die 27 hatten nicht nur damit zu tun, dass sie extrem enttäuschend spielen, sondern natürlich damit, dass Easton Stig jetzt der Quarterback ist und Herbert verletzt ist. Und das Team ist viel zu talentiert, um auf 27 zu sitzen. Aber mehr ist es zur Zeit nicht wirklich wert, selbst nach der doch ganz guten Performance jetzt letzte Woche oder diese Woche, sollte ich sagen, was auch immer. Panthers 6 Spots nach oben, die waren vorher auf 32, als wir das letzte Mal ein Power-Ranking hatten, sind jetzt auf 26. Die Defense ist nach wie vor ganz gut und die Offense kommt inzwischen langsam ein bisschen mehr raus. Bryce Young spielt ganz gut. Jetzt mindestens seitdem Frank Reich entlassen wurde, Shark kommt langsam wieder ein bisschen mehr. Das Rushing-Game ist besser drin. Adam Thielen ist nicht mehr der Einzige, der irgendwie offensiv irgendwie irgendwas macht. Deswegen Panthers hoch auf die 26. Auch 6 Spots hoch auf die 25. Die Patriots, die waren auf 31 beim letzten Power-Ranking. Jetzt inzwischen wieder weiter oben. Die Defense ist unglaublich schwer zu spielen. Und die Offense mit Bailey Seppi hat jetzt ab und zu mal Ansätze. Parker macht manchmal Plays. Sieg macht manchmal Plays. Also selbst ohne Ramondre Stevenson kommen die mit ihrem Running-Game ganz gut klar. Trotzdem kein gutes Team. Aber gut genug, um diese 6 Plätze hoch zu rutschen in meinem Kopf. Raiders 1 nach oben auf die 24. Manche werden da vermutlich jetzt sagen, die sind zu niedrig und die müssen weiter hoch. Ich glaube, das ist ein bisschen Research-Bias. Und dass man halt bei den Chiefs noch so diesen Namen und dieses Bild vom extrem starken Team im Kopf hat. Was sie halt einfach zur Zeit wirklich nicht sind. Wem man bei den Raiders auf jeden Fall Credit geben muss, ist Patrick Graham. Defensive Coordinator, der mit seiner Defense über die Saison wirklich viele beeindruckende Spiele gemacht hat. Und das, obwohl er, ich glaube, den zweitniedrigsten oder das zweitniedrigste Gehalt, zweitniedrigste Payroll, was auch immer, für seine Defense hat von irgendeinem NFL-Team. Also das ist schon sehr beeindruckend. Ein Spot nach oben auch auf die 23, die Bears. Ich glaube, die kommen ein bisschen ins Rollen langsam. Und ich, oder Bears-Fans sollten hoffen, dass sie dieses Momentum ein bisschen mitnehmen können in die nächste Saison. Ist natürlich in der NFL schwer, weil da immer super viel Zeit dazwischen ist, weil die Roster sich sehr, sehr ändern und so weiter. Aber man sieht ab und zu bei manchen Teams, wie das gehen kann, diesen Schwung in die nächste Saison mitzunehmen. Und ich glaube, die Bears sind nächstes Jahr von Anfang an gefährlicher, als man denkt. Zumindest, wenn sie im Draft und in der Free Agency um Justin Fields rumbauen. Da ist noch ein bisschen Geld da oder noch ordentlich Geld da. Draft ist man in einer guten Position. Also das kann auf jeden Fall ein Team sein, was sich in der Off-Season nochmal deutlich mehr verbessert. War mit der letzten Off-Season nicht so happy. Jetzt haben sie die Chance, da ein bisschen was Besseres zu machen. Beziehungsweise Free Agency, sage ich mal. Fünf Spots nach unten, die Broncos auf die 22. Die haben sehr schlecht angefangen, hatten dann einen ziemlich guten Part und dann einen sehr guten Part in der Mitte der Saison. Und sind jetzt wieder sehr eingeknickt. Von Lions auf die Mütze gekriegt, gegen die Patriots jetzt so. Ja, doch schon echt witzig verloren, meiner Meinung nach. Oder als neutraler Fan ist es, glaube ich, unbestreitbar witzig gewesen. Inzwischen auf 22. Kommt nicht mehr in die Playoffs rein. Also wieder eine verschwendete Saison. Und ich bin ehrlich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es so ein Fall ist von... Ah, aber wir haben gesehen, dass sie auf dem richtigen Weg sind oder so. Obwohl sie zwischendurch diese Phase da gewonnen hatten. Weil Sean Payton sollte ja eigentlich der sein, der Russell Wilson wieder hinkriegt. Und unter dem die Offense gut aussieht. Und die Offense sieht nicht gut aus. Also bin auch da gespannt, was die in der Off-Season machen. Eigentlich muss alles, was sie haben, irgendwie in die O-Line gebrettert werden. Und vielleicht noch in einen Receiver oder sowas. Bengals fallen jetzt auch sechs Spots nach unten auf die 21. Auch die hatten zwischendurch noch eine gute Phase. Hatten dieses krasse Comeback gegen die Vikings. Aber jetzt zuletzt auch nicht mehr wirklich überzeugend ausgesehen. Und auf Quarterback hast du keine NFS-Starter-Kaliber-Option. Und damit wird es jetzt auch sehr schwer, noch irgendwie Alarm zu machen Richtung Playoffs, meiner Meinung nach. Deswegen sechs runter auf die 21. Steelers fallen ein auf die 20. Ich glaube, ich habe da einfach einen ganz guten Bereich gehabt. Und ich bin bei dem Power-Ranking nicht so vorgegangen, dass ich gesagt habe, oh, wer sollte jetzt nach den vergangenen Wochen so und so weit fallen und so weit steigen. Sondern ich habe quasi ein komplett neues Power-Ranking gemacht. Und habe danach wirklich einfach nur abgeglichen, okay, wer ist jetzt wie viele Plätze hoch und wie viele runter. Deswegen ist es jetzt nicht, dass ich sage, oh, die Performance der letzten Wochen rechtfertigt, die Steelers eins nach unten zu setzen. Sondern ich habe einfach gedacht, ja, zurzeit sind die Steelers meiner Meinung nach das ungefähr 20 beste Team der NFL. Also irgendwo im unteren Mittelfeld. Zwei verhältnismäßig schwere Spiele jetzt noch. Wenn sie eins davon gewinnen, sind sie über 500. Wenn sie beide verlieren, sind sie unter 500. Wäre das erste Mal für Mike Tomlin. Deswegen einfach für ihn hoffe ich, dass die Steelers noch ein Spiel gewinnen. Aber in den Playoffs haben die trotzdem nichts zu suchen. Wir haben die Saints drei Spots nach oben auf die 19. Auch wieder ein super Beispiel dafür. Das, was die mir die letzten Wochen gezeigt haben, rechtfertigt nicht, die irgendwie weiter nach oben zu setzen. Aber Stand jetzt hat 19 einfach irgendwie gepasst für mich. Kein gutes Team. Hat noch eine Playoff-Chance. Zurzeit eher unwahrscheinlich. Colts drei Spots nach oben auf die 18. Und ihr werdet sehen, dass jetzt ein kleiner Run auf die AFC South erfolgt. Das andere Team Titans hatten wir schon. Und die nächsten drei Spots sind alle AFC South Teams. Angefangen mit den Colts. Irgendwo in dem Gebiet, finde ich, sind die zu Hause. Irgendwo im Mittelfeld sind so ein Team, ich kann mir vorstellen, oder ich denke, gegen viele Teams in der Liga wären sie. Underdog gegen viele Teams in der Liga wären sie Favorit. Ist ein Borderline-Playoff-Team. Deswegen 18, glaube ich, ganz in Ordnung. Auf 17 neuen Spots nach unten die Texans. Die sind natürlich jetzt sehr gefallen, weil sie ohne CJ Stroud und ohne Tank Dell und jetzt letztes Spiel oder die letzten beiden, weiß ich gar nicht mehr genau, ohne Will Anderson auch nicht wirklich mehr so gut aussehen. Aber das ist jetzt, glaube ich, eher so die Form, die man vor der Saison erwartet hatte von den Texans. Zwischendurch haben sie natürlich deutlich, deutlich besser gespielt. Schade wirklich, dass diese Stroud-Gehirnerschütterung da reingerutscht ist, weil ich den gerne eine ganze Saison gesehen hätte und dann gesehen hätte, ob sie vielleicht die Division gewinnen, ob sie in die Playoffs kommen. Wenn ja, wäre der Mikko Ryans natürlich auch ein super Kandidat gewesen für Coach of the Year. Er und Shane Steichen von den Codes, sag ich schon, sind ja auch wirklich sehr, sehr hoch dabei. Jemand, der nicht mehr so hoch dabei ist, ist Doug Peterson mit den Jaguars. Fünf Spots nach unten. Sein Ruf, sein Ansehen geht gerade ein bisschen in die Tonne. Nicht doll natürlich, aber nach dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, nachdem wir die Jaguars angefangen hatten, ich weiß nicht, in irgendeinem Spiel vor ein paar Wochen hatten die ja sogar noch die Chance Nummer 1 in der LFC zu sein. Da sah das alles sehr gut aus. Und jetzt inzwischen, ich glaube, die meisten Leute sind sich nicht mehr sicher, was sie von ihm halten sollen, was sie von Trevor Lawrence halten sollen. Lawrence spielt nicht wirklich gut diese Saison, was auch ein bisschen mit dem Team um ihn rum zu tun hat, mit der O-Line, mit der Protection zu tun hat. Doug Peterson callt das Ganze meiner Meinung nach, aber auch gestaltet das Ganze offensiv nicht so smart, wie man es eventuell gestalten könnte. Und jetzt inzwischen haben sie halt auch den Grip, der zwischendurch schon mal echt gut aussah, auf die Division ein bisschen verloren. Die Colts sind da, die Texans sind da, wird nochmal gefährlich. Falcons, Falcons, fünf Spots, sorry, das ist schon wieder halb vier. Falcons, fünf Spots nach oben, auf die 15. Die haben jetzt gerade das letzte Spiel sehr gut gespielt, sind hinter den Buccaneers jetzt noch in der Division und offensichtlich beim Power Ranking ja auch, denn die kamen noch nicht. Und deswegen könnte es schwer werden, dann noch die Division zu gewinnen, was vermutlich der einzige Weg sein wird in die Playoffs. Ich glaube nicht, dass die Falcons noch über eine Wildcard reinkommen werden mit den anderen Konkurrenten, die du da hast, mit Packers, Vikings, die auch noch gegeneinander spielen natürlich. Und dann mit Rams, Seahawks und so weiter. Und eine Wildcard ist natürlich schon weg, deswegen alles sehr, 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 sehr schwer. Falcons ist, glaube ich, auch der angebrachte Spot für die von wegen so, oh, knapp nicht in die Playoffs gekommen. Ich glaube, das passt zu der Saison eher. Eins da drüber, neun Spots nach oben, die Buccaneers. Baker Mayfield hat jetzt einen sehr, sehr guten Stretch. Das Passing-Game-Offensiv ist drin, das Rushing-Game kommt rein und die Defense setzt immer mal einen Nadelstich, ist opportunistisch und spielt mit einer starken Front, beziehungsweise mit einem starken Pressure-System. Buccaneers auf der 14. Drei Spots nach oben, die Packers auf die 13. Auch die sind so ein Borderline-Playoff-Team zurzeit. Ich glaube, es gibt viele Teams, die jetzt gerade ein bisschen heiß laufen, wo man sagt, okay, die haben am Ende nicht den besten Rackert und man will trotzdem nicht wirklich gegen die Spiele in der ersten Runde in den Playoffs. Die Bills sind ein super Beispiel dafür, ich glaube, die Rams teilweise. Ich weiß nicht, ob ich da die Packers reinzählen würde. Ich glaube, die wären eher so Kategorie gerade noch in die Playoffs gerettet. Und für die hängt natürlich extrem viel von ihrem nächsten Matchup gegen die Vikings ab, was Sonntagnacht ist, wenn mich nicht alles täuscht. Reden wir morgen natürlich noch ein kleines bisschen drüber. Aber ich glaube, 13 ist für die Packers-Form zurzeit okay. Die eben erwähnten Vikings 6-Spots nach oben auf die 12. Die machen sehr, sehr viel aus, relativ wenig defensiv. Also da muss man definitiv Hut ziehen, Hut ziehen, was auch immer, was auch immer vor Brian Flores und dem seinen Credit geben. Ich kann mir, also eigentlich muss er Head-Coach-Kandidat im nächsten Cycle sein. Aber irgendwie aufgrund der Tatsache, wie er rausgegangen ist bei den Dolphins und dass er Stress mit der Liga hatte und so weiter, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass er als Kandidat so ernst genommen wird, dass Teams sich da irgendwie nicht die Finger dran verbrennen wollen. Aber das, was er gezeigt hat, ist es eigentlich auf jeden Fall wert, seine defensive Philosophie irgendwo reinzuholen in ein Team. Gerade ein Owner, der vielleicht ein bisschen was Aggressiveres haben will in der Defense. Und ich glaube, seine Head-Coaching-Qualitäten so als Leader of Man, was man immer so schön sagt, also als Anführer von Männern, um das auf Deutsch reinzubringen, sind eigentlich unangefochten. Im Sinne von, er ist der Beste, aber man kann sie nicht bezweifeln. Vikings auf jeden Fall, ich glaube, die wären ein unangenehm zu spielen, das Team, weil eigentlich nur, und dieses nur ist halt in sehr, sehr großen Anführungsstrichen, Quarterback ein Fragezeichen ist. Weil die Receiver funktionieren, das Running Game funktioniert manchmal ganz gut, aber manchmal brauchst du es halt auch einfach gar nicht. Gerade jetzt, wenn Justin Jefferson wieder da ist, hoffentlich Hawk, John Addison und so weiter, KJ Osborne sogar, du hast einen echt guten Receiving-Core. Und Quarterback hält die halt ein kleines bisschen zurück. Chiefs, fünf Spots nach unten auf die Elf inzwischen und das ist eigentlich schon ein bisschen generous. Die haben quasi Glück, falls man das so sagen kann im Power-Ranking, dass sie nicht tiefer fallen, weil dahinter einfach die Teams kommen, wo ich dann sage, ja, okay, die muss man jetzt auch nicht unbedingt vorbeisetzen. Aber ja, die Chiefs sind auf jeden Fall nicht das, was wir noch von ihnen im Kopf haben. Da ist offensiv viel zu wenig los. Die O-Line ist nicht gut genug und der Receiving-Core ist nicht gut genug. Mahomes kann da nicht viel machen, habe ich aber gestern sehr ausführlich drüber geredet. Also, wenn ihr das Video verpasst habt gestern und euch das interessiert, dann guckt euch das an. Da sind Kapitel. Die Seahawks sind auf der 10 geblieben vorher, oder sind auf der 10 gewiesen vorher. Jetzt ist es, glaube ich, selber für mich ein bisschen zu spät gerade. Gewiesen, Jesus. Die sind auf der 10 gewesen vorher, die sind auf der 10 geblieben. Das I kam von geblieben und hat sich in gewesen reingeschmuggelt. Dann war es gewesen. Was auch immer. Auf jeden Fall, die bayerischen Seahawks sind auf 10 nach wie vor. Also, die hatte ich offensichtlich vor ein paar Wochen schon so eingeschätzt wie jetzt. Ich glaube, die sind nicht unbedingt so ein Team, was ich gerade meinte mit Rams und Bills, die heiß laufen jetzt, vor dem man deswegen Angst haben müsste in den Playoffs. Aber ich glaube trotzdem, dass sie für manche Teams in den Playoffs ein dummes Matchup wären. Also, dass sie da eventuell in die Wildcard-Runde sogar als Favorit reingehen könnten. Die werden ja höchstwahrscheinlich spielen gegen entweder die Lions oder den Division-Sieger aus der NFC East, falls sie in die Playoffs kommen. Weil der einen anderen Division-Sieger, das Duell ist eigentlich schon safe, dass es gegen die Cowboys oder Eagles geht. Also, die erste Wildcard an die, aber was auch immer. Seahawks sind halt sehr auf und ab. Manchmal haben die eine super schlechte Tagesverfassung, manchmal haben die eine richtig gute Tagesform und du weißt halt nie genau, was du kriegst. Selbst mit Gino, wenn er jetzt wieder spielt, also ganz, ganz schwer einzuschätzen, aber 10 ist, glaube ich, in Ordnung. Rams, drei Swords nach oben auf die 9. Eben gerade zweifach schon erwähnt, die sind ein Team, was jetzt gerade, oder das ist ein Team, was jetzt gerade zur Zeit ein bisschen heiß läuft. Und wenn die Offense weiter so performt, wenn Stafford weiter so performt, wenn Cooper Cup jetzt wieder richtig reinfindet, wenn er ein bisschen gesünder geworden ist jetzt offensichtlich, Puka Nakua, wenn Kyro Williams weiter so performt, dann ist das auf jeden Fall ein Team, was nur von der eigenen Defense aufgehalten werden kann. Lions, ein Hoch auf die 8. Spielen nicht den besten Football zur Zeit, aber haben die Division gewonnen und eventuell spielen sie jetzt ein bisschen befreiter auf, eventuell fangen sie an, ein bisschen mehr Zones zu spielen, um die Corner ein kleines bisschen zu schützen, weil das so nicht mehr wirklich weitergeht. Höchstwahrscheinlich kommt zum nächsten oder übernächsten Spiel John Cigana Johnson wieder, was auch nochmal einen Boost geben sollte in der Defense, sowohl von seiner individuellen Performance als natürlich auch von seinen Leadership-Fähigkeiten für den Rest der Defense. Apropos Defense, Browns sechs Spots nach oben auf die 7. Es sind inzwischen eins der besten Teams wieder der NFL, meiner Meinung nach, auch wenn die Offense immer noch ein bisschen ungeklärt ist. Du hast da Fleckow natürlich drin, Murray Cooper, der ein super Spiel gehabt hat. Und manchmal frage ich mich so, was wären die Browns, wenn jetzt, wenn Deshaun Watson da geblieben oder fit geblieben wäre und sich gefangen hätte? Oder alleine, selbst wenn nicht, was wären die Browns, wenn die noch Nick Chubb hätten? Dann wären die, glaube ich, ein wirklich mordsgefährliches Team in der AFC. So sind sie nur so ein, oh ja, schon gefährliches Team in der AFC, was man auf jeden Fall ernst nehmen muss in den Playoffs. Eagles, einen nach unten auf die 6. Ich glaube, ich mache den Cut jetzt nach 6, diese Teams, wo ich immer sage, oh, die muss man in Richtung Super Bowl wirklich ernst nehmen. Browns, Lions sehe ich da noch nicht wirklich. Eagles muss man vermutlich noch reinzählen. Aber die sind von diesen Teams, die ich ernst nehme für den Super Bowl, auf jeden Fall jetzt das unterste Spiel, wirklich keinen guten Football über den letzten Monat für ihre eigenen Verhältnisse und für das Talent-Level auch. Also da muss Sirianni sich ein bisschen an die eigene Nase fassen. Bills, zwei nach oben auf die 5, die sind inzwischen wieder absolut ernst zu nehmen, auch wenn das letzte Spiel keine Glanzleistung war, absolut nicht. Aber die Spiele davor haben sich auf jeden Fall wieder reingearbeitet. Die müssen hoffen, dass James Cook aufhört zu fumbeln und dann müssen sie ihr Running Game reinprügeln, weil da das komplette Team und das komplette Spiel quasi drauf aufbaut. Also bei denen könnte es auch ein bisschen eine Match-Up-Frage sein, ob sie gegen eine gute Run-Defense laufen. Wir kommen zur ersten Seite und hier enthülle ich, glaube ich, einfach mal alles direkt, weil es ganz witzig ist, irgendwie das sind genau die gleichen Teams, die ich vor drei Wochen da auch schon hatte und in genau der gleichen Reihenfolge. Ich glaube, die Cowboys sind nach wie vor stark. Die haben halt einmal verloren, aber dafür gegen die Eagles deutlich gewonnen. Die Dolphins, ich weiß gar nicht, war da die Niederlage? Ja doch, die Niederlage gegen die Titans war noch nicht drin, aber die beiden Spiele danach waren auch noch nicht drin. Die 49ers haben seitdem hier gegen die Ravens verloren, aber es waren halt nur die Ravens. Die Ravens haben gegen die 49ers gewonnen. Also ich glaube, ich bin echt ganz zufrieden mit dem, wie ich die vor drei Wochen einsortiert hatte und habe da jetzt auch nicht großartig einen Grund gesehen, um das zu ändern. Das Einzige, was ich eventuell hätte ändern wollen, wäre Bills über Cowboys gewesen. Und da warte ich jetzt erstmal ab, wie die Cowboys zu Hause gegen die Lions spielen. Also gegen ein vermeintlich gutes Team, was aber auch schon geklappt wurde von den Ravens zum Beispiel und was auch gegen die Seahawks schon und gegen die Bears vor allem halt auch verloren hat vor ein paar Wochen und jetzt fast verloren hätte gegen die Vikings. Und zu Hause spielen die Cowboys ja auch noch mal deutlich besser als über die letzten Jahre eigentlich schon. Deswegen warte ich das erstmal kurz ab. Dolphins bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, was ich von dem Team halten sollte, aber wenn die Defense sich fängt, dann sind die auf jeden Fall gefährlich in den Playoffs. Und ich glaube, mit Ravens und 49ers haben wir relativ eindeutig das beste Team der AFC und sehr eindeutig das beste Team der NFC, wenn man mich fragt zurzeit. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr liked, da das, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.